Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 131 Nummer 131 Ich habe den Kürbisblau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Ich habe den Kürbisblau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Jetzt ist der blaue Kürbis fertig für die Halloween-Dekoration. Jetzt ist der blaue Kürbis fertig für die Halloween-Dekoration. Jetzt ist der blaue Kürbis fertig für die Halloween-Dekoration. Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Ich will heute nicht in den Kindergarten. Die anderen Kinder ärgern mich immer öfter. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Die anderen Kinder ärgern mich immer öfter. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Die anderen Kinder ärgern mich immer öfter. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Andere Kinder ärgern mich immer öfter. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Hilfst du mir, die alte Tapete von der Wand zu entfernen? Ihr könnt mir später die alten Spalere aus der Wand entfernen. Hat es dir heute auf dem Volksfest auch so gut gefallen wie mir? Hat es dir heute auf dem Volksfest auch so gut gefallen wie mir? Was dir heute auf dem Volksfest auch so gut gefallen wie mir? Du kannst diese Sachen mitnehmen, weil ich sie nicht mehr brauche. Du kannst diese Sachen mitnehmen, weil ich sie nicht mehr brauche. Du kannst diese Sachen mitnehmen, weil ich sie nicht mehr brauche. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Ich kann Ihnen diesen schönen Kürbis für nur 5 Euro verkaufen. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ständigen Nörgeln. Du gehst mir auf die Nerven mit deinen ständigen Nörgeln. Du stehst mir auf die Nerven mit deinen ständigen Nörgeln. Gemeinsam gehen wir zur Plattform des Eiffelturms und schauen uns Paris von oben an. Wir gehen zusammen zur Plattform Eiffel-Evojie und schauen uns nach Paris an. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Wir wollten doch miteinander reden. Warum gehst du jetzt? Wir wollten zu sprechen. Hier in den warmen Gewässern Thailands ist es sehr angenehm. Hier in den warmen Gewässern Thailands ist es sehr angenehm. Hier in den warmen Gewässern Thailands ist es sehr angenehm. Ich will nicht reden. Ich bin traurig, weil sie mich nicht ins Kino gelassen haben. Ich will nicht reden. Ich bin traurig, weil sie mich nicht ins Kino gelassen haben. Ich will nicht reden. Ich bin traurig, weil sie mich nicht ins Kino gelassen haben. Natürlich kümmere ich mich auch um unser Kind. Meine Frau und ich teilen uns die Verantwortung. Natürlich kümmere ich mich auch um unser Kind. Meine Frau und ich teilen uns die Verantwortung. Zwychajno, ja też bieklujuся pro нашu детину. My z drużinoj rozpodіляjemo obowiązki. Wir ließen uns in einem kleinen Boot über den Fluss bringen. Wir ließen uns in einem kleinen Boot über den Fluss bringen. My dozwolili переjechati nas через rічku na malenkomu čovni. Ich bringe dich jetzt zur Mama, damit du dich besser fühlst. Ich bringe dich jetzt zur Mama, damit du dich besser fühlst. Durch die felsigen Klippen erreichen wir den Sandstrand in der Bucht. Durch die felsigen Klippen erreichen wir den Sandstrand in der Bucht. Nach einer langen Fahrt sind wir nun endlich am Meer angekommen. Nach einer langen Fahrt sind wir nun endlich am Meer angekommen. Nach einer langen Fahrt sind wir nun endlich am Meer angekommen. Deine Anzugjacke und die Blumen liegen auf der Bank. Es ist wieder Zeit für die jährliche Kontrolle beim Zahnarzt. Es ist wieder Zeit für die jährliche Kontrolle beim Zahnarzt. Der Regen macht die Luft frischer und angenehmer. Der Regen macht die Luft frischer und angenehmer. Der Regen macht die Luft frischer und angenehmer. Augentropfen werden in einer Flasche mit Pipette geliefert. 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 Die Radieschen können jetzt geerntet werden. Die Radieschen können jetzt geerntet werden. Erbsen wachsen in einer Flasche mit Pipette geliefert. Erbsen wachsen in einer Flasche mit Pipette geliefert. Ich habe Walnüsse gekauft. Wo ist unser Nussknacker? Ich habe Walnüsse gekauft. Ich habe Walnüsse gekauft. Wo ist unser Nussknacker? Kupyla Woloski Horiche. Ben erschluß Kuntzik. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Togo вечera Ben wyglädav dobre. Na nyomo bulla bíla Sorocke z krawatkoju metellikom. Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Du hast hier Hausverbot. Du kommst hier nicht rein. Du hast hier Hausverbot. Du kommst hier nicht rein. Вам тут заборонено. Du kannst hier nicht zu gehen. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Möchte jemand die letzten beiden Stücke von der Wassermelone? Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Ich kann den ständigen Ärger im Büro nicht mehr ertragen. Entweder ist das Geschenk zu groß oder der Einkaufswagen ist zu klein. Entweder ist das Geschenk zu groß oder der Einkaufswagen ist zu klein. Wir stellen unseren Joghurt ohne Konservierungsstoffe her. Es ist ziemlich einfach. Wir stellen unseren Joghurt ohne Konservierungsstoffe her. Es ist ziemlich einfach. Dieses Buch enthält die Informationen, die ich für meine Dissertation benötige. Dieses Buch enthält die Informationen, die ich für meine Dissertation benötige. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Sie kommen morgen zum Einsatz. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Sie kommen morgen zum Einsatz. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Sie kommen morgen zum Einsatz. Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Du kannst Wassermelonen so essen, wie sie sind, oder ein leckeres Getränk daraus machen. Das Fundament des Aussichtsturms erscheint mir nicht sicher. Das Fundament des Aussichtsturms erscheint mir nicht sicher. Fundamentohledowoye Wäsche meines dajets ja bezpecnim. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Die beiden Tauben sind tägliche Gäste an unserer Wasserstelle im Garten. Dwoje Holubivschednja hoistje nasse Hovodoprowodow Sado. Ich lasse den Wind, das Meer und den Sonnenuntergang auf mich wirken. Ich lasse den Wind, das Meer und den Sonnenuntergang auf mich wirken. Ich lasse den Wind, das Meer und den Sonnenuntergang auf mich wirken. Ich muss noch Obst und Gemüse einkaufen. Der Regen macht mir nichts aus. Ich muss noch Obst und Gemüse einkaufen. Der Regen macht mir nichts aus. Ich muss noch Obst und Gemüse einkaufen. Der Regen macht mir nichts aus. Ich bin schnell den Berg hinaufgelaufen. Mein Freund ist etwas langsamer. Ich bin schnell den Berg hinaufgelaufen. Mein Freund ist etwas langsamer. Ich bin schnell den Berg hinaufgelaufen. Ich bin schnell den Berg hinaufgelaufen. Mein Freund ist etwas langsamer. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Wenn ich meine Augen schließe, sieht mich niemand. Wenn ich meine Augen schließe, sieht mich niemand. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Die Kirchnerin bearbeitet das rote Leder. Mit der Lochzange macht man exakte Löcher in unterschiedlichen Größen. Mit der Lochzange macht man exakte Löcher in unterschiedlichen Größen. Mit der Lochzange macht man exakte Löcher in unterschiedlichen Größen. Mit der Lochzange macht man exakte Löcher in unterschiedlichen Größen. Das Kalb hat gelbe Ohrmarken. Dadurch kann es eindeutig identifiziert werden. Martin hält die Wasserwaage an die Wand. So kann er sehen, ob die Wand gerade ist. Martin hält die Wasserwaage an die Wand. Das kann er sehen, ob die Wand gerade ist. Ich frühstücke im Bistro. Dabei schaue ich mir die neuesten Nachrichten an. Ich frühstücke im Bistro. Dabei schaue ich mir die neuesten Nachrichten an. Ich frühstücke im Bistro. Dabei schaue ich mir die neuesten Nachrichten an. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Unser gemeinsames Hobby ist das Fechten. Das Wasser ist angenehm warm zu dieser Jahreszeit. Das Wasser ist angenehm warm zu dieser Jahreszeit. Heute ist es windig. Wir lassen einen Drachen steigen. Heute ist es windig. Wir lassen einen Drachen steigen. Heute ist es windig. Wir lassen einen Drachen steigen. Wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Sandkasten. Wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Sandkasten. Wir beide gehen jetzt gemeinsam zum Sandkasten. Jetzt gehen wir zum Sandkasten. Der Wecker klingelt um sieben. Dann müssen wir aufstehen. Der Wecker klingelt um sieben. Dann müssen wir aufstehen. Budelnik dzwonit u siemi. Tudi my powinni wstati. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichten können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du mehr Videos für dich veröffentlicht. Bis zum nächsten Mal.